Moin sind Magers und Magerin. Ich glaube wir haben da so eine kleine Thematik, über die wir mal sprechen sollten oder müssten, da es ja doch sehr dominant auch im Stream ist. Auch zu Recht, Menschen fragen sich, was los ist. Und zwar bin ich gerade im Exil. Das ist ein kleiner Running Gag für mich, um mit einer Thematik umzugehen, die mir durchaus unangenehm ist. Und zwar habe ich eine 28-Tage-Bahn bei Lofi und Motorsports bekommen. Zu Recht. Warum? Ich habe mich vollends daneben benommen. Das ist das allererste Mal in zwei Jahren Rennfahren und wahrscheinlich mal in 2000 Stunden in ACC, dass ich so einen Quatsch gemacht habe. Ich weiß noch nicht genau so, weiß noch nicht genau, wo das herkam, weil normalerweise bin ich nicht so ein Dirty-Fahrer, dass ich so etwas mache, wie ihr dort in diesem Clip sehen könnt. Nein, diesmal schiebe ich die raus. Ich habe vollem Bewusstsein zu jemanden rausgeschoben und habe das auch noch angekündigt. Ich war mit meinem Gegner sehr frustriert oder gegenüber meinem Gegner sehr frustriert. Ich bin dort nicht vorbeigekommen. Es war sehr, sehr dirty zwischen uns beiden. Und ich habe das Ganze auf das nächste Level gebracht, wofür ich auch einen 28-Tage-Bahn gekriegt habe, der zu Recht ausgesprochen wurde. Ich habe mit Beteiligten von LFM gesprochen. Ich habe nicht über die Strafe diskutiert und ich werde auch nicht über die Strafe diskutieren. Ich werde auch kein milderndes Strafmaß oder whatever beantragen, sondern ich werde das aussitzen und werde das so annehmen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, auch so im Nachgang, weil ich mir sehr viele Gedanken darüber mache, denn das ist für mich nicht normal, so zu fahren. Und das muss irgendwelche Ursachen haben. Und da möchte ich noch der ganzen Sache auf den Grund gehen. Was ich hier noch kurz loswerden möchte, ist, dass ihr da draußen bitte, tut mir den Gefallen, niemanden in irgendeiner Form dafür angeht oder in meinem Namen irgendwas diskutiert oder irgendwen beleidigt oder sonstiges vergleichen, weil ich das ganz alleine aussitze. Denn ich habe Scheiße gemacht und kann euch wirklich sagen, also nach einigen Sitzungen von Judge Dizzy und Beurteilung von anderen Fällen und sehr viel Rennen fahren, dass das vollkommen legitim ist und ich da sogar noch mit einem blauen Auge davon gekommen bin, denn es hätte auch ein Permabann sein können. Und dann wäre nämlich der Arsch offen gewesen. Was das jetzt bedeutet, ziemlich simpel, wir fahren 28 Tage kein LFM. Das heißt, wir fahren kein Endurance-Rennen und wir werden auch keine Dailies mehr fahren. Das bedeutet nicht, dass wir kein Racing-Content haben werden. Also wir werden ein paar Community-Rennen fahren. Ich werde noch ein, zwei Challenges für mich selber ansetzen, die ich umsetzen möchte. Und dann werden wir voraussichtlich, wenn wir wieder da sind, das müsste in der zweiten Woche vom September sein, Quatsch, Entschuldigung, Oktober sein, haben wir noch eine kleine Challenge, weil das Ganze ist zu einem sehr uns günstigen Zeitpunkt passiert. Denn ich werde voraussichtlich mein ganzes Safety-Rating und auch meine Edo wieder zurückfahren müssen, weil am 29. findet ja von der VM das 24-Stunden-Wodkins-Glern-Rennen an. Und da ja, wie wir mitkriegen und was ich sehr, sehr gut finde, und davor ziehe ich auch meinen Hut vor der LFM, Content-Creator, nur weil sie Reichweite bringen, werden nicht anders behandelt. Und demnach brauche ich fünf Safety-Rating-Punkte, um an dem 24-Stunden-Rennen teilzunehmen. Ich möchte mich an der Stelle nochmal in aller Form bei dem Fahrer entschuldigen, der mit involviert war. Ich habe ihm schon eine Perm geschrieben und habe reflektiert und ihm das auch so mitgeteilt. Ich möchte mich aber auch bei der LFM entschuldigen dafür, dass ich so ein Verhalten an den Tag gelegt habe. Denn in meiner Funktion als Judge Dizzy und dem Vertrauen, was mir dort entgegengebracht wurde, sehe ich es in meiner Pflicht, dafür einzustehen, dafür gerade zu stehen und das Vertrauen der Fahrer als auch der Leute von LFM wieder zurückzugewinnen. Es tut mir wahnsinnig leid und das meine ich. Und ich werde in 28 Tagen zurückkommen und versuchen, euer Vertrauen zurückzugewinnen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschö.